h hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ist vom Mario Gerexie ja Prozent zu frisch aufgenommen wie es geht weil es ja immer ziemlich am Tag hoch also ich nehme das direkt Prozent ich hätte mich für später aber halte ich spät am Sonntag auf Freitag ja und wir also das letzte mal haben wir den Bossfight im Schlafzimmer gemacht ähm diesmal äh und noch eine eine Galaxie im Maschinenraum diesmal machen wir jetzt im Maschinenraum dann weiter und ich möchte euch nicht vorenthalten äh Formation dass ich hier schon mal diese nächste Mission halb aufgenommen hatte aber erstens hatte ich halt eine andere Aufnahme deswegen ist sie auch schon angeklickt andere Aufnahme Qualität ausprobiert die aber die im Endeffekt ziemlich scheiß rausgestellt hat außerdem war ich an dem Tag ziemlich schlecht in Super Mario Galaxy was die Mondhausen suchen äh und deswegen habe ich ja hinterher gesagt das bringt nichts äh die Aufnahme jetzt nicht und jetzt möchte ich noch dazu sagen dass ich in der letzten Folge und am Ende der vorletzten Folge äh dass ich da ich wollte mich eigentlich noch auf Abwesen stellen auf Skype-Folge so ähm dass ich da äh am Ende der vorletzten Folge aus Versehen mich äh gemütet hatte beziehungsweise gemütet ich habe mich auf den Milchschnappen gedrückt sondern mir ist einfach weil äh ich war gerade also ich war irgendwie so äh schon wieder nicht geschafft die Mission dann habe ich äh jetzt habe ich einfach mein Headset das ist bei meinem Headset von Kopf gefallen also ich wäre so ja also ich habe so nach hinten so so ach das wäre halt jetzt hätte von Kopf gefallen wäre nicht weiter schlimm gewesen wenn nicht beim Runterfallen des Headset sich automatisch über einen Mute-Knopf betätigt hätte ein bisschen scheiße auf jeden Fall aber kann man ja nicht ändern und deswegen war im letzten Part auch die Hälfte kein Ton die Hälfte der Zeit ja ich hoffe ihr habt zumindest ein kleines bisschen Verständnis für meine Kompetenz äh hier ist mein Zeiger okay wo sind denn die nächsten äh zwei Teile fehlen ja noch ich habe übrigens äh also ich habe diese Mission die Aufnahme die ich nicht genommen habe nicht wirklich weit gespielt also ich möchte äh hierzu sagen dass ich nicht mal alle Sternen äh nicht mal alle blauen Dinger hier gesammelt habe ich war einfach so schlecht dafür ich bin hier mal gestorben ja selbst beim Sammeln dieser Teile ich soll das so Entwickler gibt glaube ich kein hier trotzdem mal so dann wo sind denn die anderen Teile meine war noch irgendwie eins ach da oben ist ein Stern aha so wird der Wind hier äh 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 hui genau muss ich doch dass man hier irgendwo oben hin muss hui oh tschüss hey ja kriegt ohne Biene zu verlieren ich bin Jut okay das ist jetzt keine besondere Leistung aber na wüsste bescheiden war der nicht vorbei bestimmt vorbei ach ich doch weiß nicht wie es gedacht ist aber kommt auf jeden Fall frei und oh äh 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 ähm 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 gut ich weiß noch nicht warum ich hier jemals war okay keine ahnung Ich glaube, ich kann dich lang. ich will zurück ich gebe anscheinend gar nichts warum sie ist ich jetzt echt noch nicht ja ich glaube ich einfach nur da wegen vollständigkeit der weißer fall herkommt was weiß ich was ich gebringt dass ich jetzt hier bin also gehe ich mal wieder woanders letzte teil weiß ich leider nicht mehr wo waren das letzte teil suche jetzt stunden aber ich habe leider keine ahnung soll nie mal klären hilfe ja das habe ich jetzt schon gewusst aber wo sagst du ich höre nicht aber ja da habe ich aber schon einkassiert wo könnte denn der letzte sternschiff sein das hier ist ja eigentlich dafür damit man gern check das wirklich nicht wo der letzte münsche aber die kann ich auch nicht interessieren ob ich überhaupt ach da war ich ja gerade eben schon bestimmt ja hier die schöne ich mag diese mission ich werde dann schlecht in der mission äh äh hui sternteile was ist das denn jawohl ja hä was ist denn dieses scheiß letzte Teil das ist wirklich ausgeglichen bin hä was ist das denn alter ich möchte euch heute auch nicht langweilen aber ich weiß wo das ist ach man Leute 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 ja endlich gut hätte man auch früh drauf kommen können aber ich habe nichts gefunden jetzt zum nächsten Mal gut dann wollen wir fortfahren oder Luigi ey da Luigi das ist ein Elvi Luigi komm schon komm schon so und hui ja ja ach nein dieser Part ach nein erst so komische Dinger finden und dann Hasen schnappen ey einfach so lange hinterher laufen ein bisschen aber ich bin ja nicht irgendwas ein oder so die machen glaube ich wasser auf oder so keine ahnung was mir wasser bringt ach ich glaube so kriege ich ja nicht wow ich dachte wir machen was auf das mir hilft aber nein die Sternteil oh ich glaube das macht Wasser ey das muss dann was wo soll mir das denn helfen alter irgendwie bestimmt aber ich glaube anders kann ich ihn gar nicht kriegen aber bleibt doch mal hängen ja bitte fünf Stunden an einem Teil hängen bitte fünf Stunden hängen bleiben am Stück bitte 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 ja komm schon jetzt den Abstand immer den Abstand immer wieder vergrößert das war der tricky Hase ich hasse diese Mission ne das ist dieses Ding ja jetzt hier ja jetzt hier ja ich schon wieder hängen geblieben ey mhm scheiße Fehler schon du scheißhase es ist sofort hier drin vor solche mission sind doch schnarchen langweilig dauern einfach fünf stunden das ding noch mal so was bringt das wieder sternteile bleibt dran hängen du bist so ein scheiß hase nein hängen geblieben und ich springen dran vorbei warum mussten in so einem spiel ich schaffe es nicht mal so habt ihr es gesehen ist einfach mal in eine sackgasse reingelaufen ach man leute sowas würde ich gerne rausschneiden oder so vielleicht soll ich rausschneiden aber es dauert fünf stunden solche hasen von mission die finde ich so unnötig endlich ein und dafür gebe ich diesen baustein ja endlich alter es war so geben fünf stunden laufarbeit das auch noch richtig lang ein bisschen muss ich aber leider noch ein ich kenne sich mit nur einer mission lassen es geht nicht gibt ja noch viele missionen gibt es ja noch eines vielleicht noch ein nummer kommt jetzt ein auftauchen okay ich war ich mache schon zwei missionen ich kann euch wirklich mit einer mission geht nicht wochen werden und nein jetzt kommen wir diese Quark 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 ich habe auch ich weiß auf jeden Fall wo äh hier in dieser Welt der verstückte Schwerden ist aber leider weiß ich nicht in welcher Mission hier kann man nicht hoch das habe ich jetzt mal schon probiert ohne Aufnahme da diese Dinge stammt da guckt man nicht hoch ich gehe einfach mal zu den Fleischfressenpflanzen weil ich Spaß drauf habe ich hab Spaß drauf oh ich hab keine Fleischfressenpflanzen das finde ich schön wiii Sterne Hölle Quark 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 da habe ich jetzt wie Münster wiii da e d d d d d auch ich habe nicht mit meiner Vermögen gegen mein Headset bin gekommen. Die Vermögen hatte gerade vibriert. Dadurch kamen Ultra-Slow-Motion-Geräusche zustande. Ah ja. Okay. Ah ja, ich weiß wieder, was ich machen muss. Ich hoffe, ich habe mehrere Versuche. Oh. Mich jetzt erledigen, bringt die Gänzen? Doch. Hä? Ist das jetzt oder so? Das war ein bisschen dumm, da unten anzufangen. Alter, habe ich scheiße angefangen. Nicht behindert oder sowas? Ja, wenn ich das schaffe, dann ist die Mission so ultra leicht. Alter, wie schlecht kann man denn hier drin sein? Alter, wie einfach ist diese Mission bitte? Wie einfach ist die bitte? Ich habe drei Milliarden mal was Falsches gemacht. Alter, krass. Aber dann würde ich einfach mal sagen, kann ich euch doch mit zwei Missionen abgestütteln. Und zwar würde ich sagen, was ist von der Folge Super Mario Galaxy? Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr ja eine Hose-Bettung lassen, wenn ich ein Negativ sagt, dann aber warum? Und, ähm, ja. Tschüss.